Okay, Sport! Ihr wisst, was jetzt kommt, oder? Okay, wo ist Kreuzthal? Wo ist Möllmecke? Okay, wir machen jetzt ein bisschen Sport, weil der Alkohol, der muss dann wieder wegtrainiert werden. Wir fangen ganz entspannt an mit den Händen. Und dann 97.000 klatschende Hände. Ja, Mike, das will ich aber auch hoffen. Hey, ho, da steht ihr nun, wir sehen gut aus und ihr seid jung. Und was uns jetzt noch fehlt, ist Publikumsbeteiligung. So einfach ist es nicht, wie ihr wahrscheinlich denkt. Das Leben ist kein Freispiel und man kriegt nix geschenkt. Eure Gesundheit ist, was unseren Herzen liebt. Und außerdem sehen wir gern, wenn ihr schützt und euch verbiegt. Ich zähl' bis zehn. Und dann will ich euch springen sehen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Sehr geil. Also bis hier vorne zum FOH-Platz. Also bis zu dem Mischpult war super. Der Rest hört ihr uns überhaupt, da hinten, hört ihr uns. Nee, dann machen wir mit euch heute, kein Problem. Zwei Männer gehen die Straße lang, da liegt der andere Dünn. Wobei ich jetzt nicht wissen will, ob ich der Hübsche bin. Sie reden über dies und das, sie haben eine Menge Spaß. Doch dann fängt es zu regnen an und beide werden nass. Ich sag euch ein. Ich sag zwei. Manchmal geh' ich weiter und sag nix. Jetzt steh' ich ganz schön doof da. Denn nix bedeutet nix. Ich zäh' bis zehn. Und dann will ich euch springen sehen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, acht, neun, acht, neun, acht, neun, acht, neun, acht, neun, acht, neun. Bein, das springe! Und Tore! Dankeschön!